Gestensteuerung Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie mithilfe der Gestensteuerung ein Foto machen können. Bitte gehen Sie in der Unique Pilot App in die Fotoeinstellungen, dann auf das mittlere Icon für die Bildeinstellungen und dann auf Foto-Mode. Wählen Sie Gesture und bestätigen Sie die darauf folgende Erklärung. Fliegen Sie den Mantis in eine Entfernung zwischen einem und drei Metern vom Zielobjekt und richten Sie ihn so aus, dass mindestens eine Person im Bild ist. Wenn diese Person den rechten Arm hebt und der Mantis-Q dies erkennt, beginnt der Countdown. Nach drei Sekunden nimmt der Mantis-Q ein Foto auf.